Heute sind die Kobolde los, äh nicht die da, ja genau die da. Ja und wenn du jetzt der Meinung bist, das ist ein Sunricher-Dimmer, Zigbee-Dimmer etc., ja dann hast du dich nämlich getäuscht. Dachte ich am Anfang auch, aber ja die Firma Foscon, die kennst du vielleicht von den Kombi-Sticks hier, die eben Zigbee-Sticks produziert, die hat mir diesen Kobold zur Verfügung gestellt und ja, was soll ich sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, denn das hat ein tolles Feature. Ja und wenn du wissen willst, wie das Feature aussieht, dann bleib auf jeden Fall dran. Ansonsten freue ich mich natürlich über Abo, Glocke nicht vergessen und ein Däumchen am Ende des Videos, aber jetzt ab dafür. So, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich eben nochmal alle anderen abholen. Ja, Zigbee ist ein Protokoll, meistens eben für Lichtsteuerung, allerdings natürlich auch noch viele andere Dinge und diese Bridges, die kennst du vielleicht einmal von Ikea, einmal von Philips Hue oder vielleicht eben auch von SmartThings. SmartThings hat die Möglichkeit tatsächlich auch Geräte von anderen Herstellern einzubinden, was die eigentlich fast gar nicht machen. Ja und eben dieser Kombi-Stick ist genau das, das heißt, du hast zum Beispiel einen Raspberry Pi, hast eben so einen Kombi-Stick, steckst den Kombi-Stick dann entsprechend ein und installierst eigentlich die Software von Foscon.de und das war es im Grunde und du hast eben die Möglichkeit, eine Vielzahl an Geräten zu benutzen, unter anderem zum Beispiel, ja, die Geräte von Acara, die sind relativ günstig, viele Sensoren, die es dort eben gibt, aber eben auch die breite Palette von Zigbee-Geräten, eine Kompatibilitätsliste gibt es ja dafür. Also wirklich eine schöne Sache. Ja und die Firma Dresden Elektronik bietet dafür eben auch eine eigene Oberfläche und um die soll es heute eigentlich auch als erstes gehen. Das heißt, ja, eben mit so einem Kombi-2-Stick und eben dieser Oberfläche wollen wir eben diesen Kobold ausprobieren. Denn in der Oberfläche, ja, befinden sich Settings, die eben heute besonders wichtig sind. Und bevor ich jetzt gleich zur Besonderheit des Kobolds zu sprechen komme, noch mal ganz kurz die technischen Daten. Ja, der Kobold, wie eben viele andere, wie der zum Beispiel von Tint, ist ein Phasenabschnittsdimmer. Es gibt Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer, die sind mittlerweile auch beliebter. Warum? Weil solche LED-Leuchtmittel damit meistens besser zu steuern sind. Aber beide haben durchaus ihre Berechtigung und ja, die Fachkraft deines Vertrauens klärt dich auf, was eben ohmische, induktive und kapazitive Lasten sind. Denn je nachdem muss man das Ganze eben auswählen. Ja, elektronische Travos funktionieren damit zum Beispiel auch. Du hast jetzt die Möglichkeit, LED-Leuchtmittel bis zu 200 Watt zu nutzen und 400 Watt für Halogen. So, aber jetzt würde ich mal sagen, wir gehen nach drüben an das Board, um dich nicht länger auf die Folter zu spannen. So, willkommen am Testboard. Ja, möchte dir natürlich vorher kurz den Hinweis geben. Und nachdem wir das gemacht haben, ja, hinter mir siehst du ja schon den Kobold. Ich gehe mal aus dem Bild, damit du das besser sehen kannst, was wir hier haben. Zum einen haben wir hier den Kobold. Da gebe ich dir jetzt mal ganz kurz das Schaltbild. Und wenn du mehr wissen möchtest, wie das verdrahtet wird, verweise ich dich auf mein anderes Video. Denn da habe ich, wie gesagt, schon mal einen anderen Dimmer dieser Kategorie entsprechend vorgestellt. Ansonsten habe ich hier eben, nämlich besagten Dimmer hier auch nochmal. Das hat einen bestimmten Hintergrund. Und ich habe hier ein weiteres Zigbee-Gerät, nämlich eine Steckdose. Ja, diese drei Dinge siehst du hier eben bei der Foscom-App in einer Gruppe. Und genau darum geht es. Das heißt, alle drei sind eben in der Gruppe, wie gesagt. Und dann kann man nämlich etwas einstellen. Das zeige ich dir hier mal in der Foscom-App selbst. Ja, und wie du siehst, hast du dort eben zwei Möglichkeiten, die du auswählen kannst. Nämlich einmal nur die Grundfunktionalität und einmal eine erweiterte Funktionalität. Ja, und was das Ganze jetzt eben zu bedeuten hat, das schauen wir uns nämlich jetzt mal im Detail an. Kennst du vielleicht, wenn das Ganze in einer Gruppe ist und du schaltest. Du siehst, alle drei Dinge gehen an. Du hast vielleicht auch die Steckdose gehört. Ich bin mal leise. Genau, das hört man wirklich ganz deutlich. Also funktioniert soweit wunderbar. So, jetzt habe ich allerdings hier mein Nook, mein Broxmox. Und jetzt gehen wir hier einfach mal ganz frech auf Shutdown. Und fahren diese virtuelle Maschine mal herunter, eben mit dieser Foscom-App. So, das sollte wahrscheinlich schon passiert sein. Gehen wir mal auf die Foscom-App. Und, ja, wie du siehst, es passiert eben nichts mehr. Das heißt, ihr Versuch zu laden ist eben nicht mehr da. Und jetzt versuchen wir hier nämlich mal was ganz Besonderes, denn wir drücken nochmal drauf und hoch, was ist hier los? Du hörst immer noch diese Geschichten, dass hier nichts mehr geht, dürfte klar sein im Moment. Aber es funktioniert immer noch. Ja, und das ist eben die super Besonderheit eben an der Software. Und das finde ich eine wirklich tolle Neuerung. Denn vielleicht hast du es schon öfter mal gehabt. Ja, deine Frau, dein Lebenspartner, deine Kids, wer auch immer, hat irgendwie drauf gedrückt auf einen Taster. Und es hat eben nichts weiter funktioniert. Warum? Vielleicht, weil deine Software abgeraucht ist, weil eben dein Rechner, dein Raspberry Pi, was auch immer, abgeraucht ist. Vielleicht kam gerade ein Software-Update dazwischen, was auch immer. Auf jeden Fall, das steigert nicht gerade so die Akzeptanz von einem Smart Home. Und wenn jetzt das eben dieser Dimmer mit übernehmen kann, klar, du musst dir natürlich auswählen, willst du nur Grundfunktionalität oder willst du auch weiter Funktionalität. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, das auszuwählen und das macht dieses Produkt eben wirklich top. So, jetzt siehst du es auch, dass ich eben nicht gelogen habe. Die Webseite ist nicht erreichbar und wir machen das nochmal. Funktioniert. Also, das finde ich wirklich spitze. So, Zeit für ein kleines Fazit, würde ich sagen. Ja, definitiv macht dieser Kobold etwas anders wie eben der Rest. Ich habe natürlich versucht, auch das Ganze mit den anderen Dimmern zu machen. Und das klappt natürlich nicht, weil die Software da natürlich eine Rolle spielt. Also hat dieser Kobold hier definitiv etwas Besonderes und einen Sonderstatus. Ja, wie findest du diesen Sonderstatus? Ist das etwas, warum du diesen Kobold kaufen würdest? Schreib mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ja, auch wenn du eben noch ein bisschen was wissen möchtest, ich gehe mal stark von aus, dass Dresden Elektronik auch die Kommentare lesen wird. Oder du eben auch Fragen an mich haben solltest, ja auch ab damit in die Kommentare. Ich finde das auf jeden Fall eine nützliche Funktionalität. Dimmen geht ja weiter nach wie vor, aber du kannst eben auch andere Geräte direkt in der Gruppe mitsteuern. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch. Und Zigbee ist meiner Meinung nach auf jeden Fall immer noch weit vorne, auch wenn natürlich jetzt Meta ansteht. Aber Meta ist nicht alles. Und Zigbee ist immer noch wirklich eins der absolut tollen Protokolle. Und es gibt natürlich noch weitaus mehr Sensoren dafür. Ja, über den Konbi-Stick selbst muss ich natürlich sowieso eigentlich nicht mehr reden. Denn der ist mit Sicherheit eines der Produkte, was sehr, sehr oft genutzt wird. Von dem her, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst. Ja, vergiss auf jeden Fall das Däumchen nicht und ein Abo und die Glocke, wenn dich solche Themen interessieren. Ich sage auf jeden Fall mal, danke fürs Zusehen und ciao, ciao. Bis Mittwoch vielleicht zu den Wochen-News. Bis Mittwoch vielleicht zu den Wochen-News.